Mehr Schlagkraft im Wahlkampf fordern führende CDU-Politiker von ihrer Partei und vor allem von ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther etwa sagte dem Handelsblatt zum bisherigen Wahlkampf, das überzeugt niemanden. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz fordert in der Rheinischen Post, da müssen wir nachlegen. Die Umfragewerte für die Union und insbesondere für den Kanzlerkandidaten Laschet sind in den vergangenen Wochen gesunken. Eine aktuelle Forsa-Umfrage sieht CDU-CSU bei 23 Prozent und damit nur noch knapp vor den Grünen und der SPD. Laschet kommt in der Umfrage sogar auf nur noch 12 Prozent Zustimmung. Ein besonders harter Schlag in Laschets Kontor ist, dass auch viele Unionsanhänger laut Umfrage wenig mit ihm anfangen können. CSU-Chef Markus Söder, der im Kampf um die Kanzlerkandidatur zurückstecken musste, ist beliebter. Aus Sicht vieler wäre er der bessere Kandidat gewesen. Söder fordert seit Wochen mehr Tempo und mehr Power, so seine Worte im Wahlkampf der Unionsparteien. Im ZDF-Sommerinterview zu Beginn des Monats sagte Söder, er sehe sich als der Antreiber. Sie haben auch immer gesagt, Sie sind Freunde.